Der Name ist Programm. Wir beleuchten Themen aus den Bereichen Lebensmittelerzeugung, Lebensmittelverarbeitung und Lebensmittelkonsum, die uns alle bewegen. Wir fragen Experten und wir bieten Perspektiven an. Wir liefern Fakten, die helfen, eine Meinung zu haben oder zu bilden. Wir geben keine Meinung vor und bewerten nicht. Wir, das sind Ursula Riegler und Christoph Zezene und heute sind wir zu Gast bei Simone Steiner. Ich bin Tierärztin bei der Zentralen Arbeitsgemeinschaft der österreichischen Rinderzüchter und hier für alle Fragen zum Thema Tierwohl und Tiergesundheit zuständig. Was macht denn diese zentrale Arbeitsgemeinschaft? Wir sind die Interessensvertretung der Rinderzüchter in Österreich und kümmern uns eigentlich zentral in Wien um viele Fragen, Anfragen von Journalisten, Anfragen von Tierschutzorganisationen, sind aber auch im Kontakt zu den Behörden, eigentlich so der Standpunkt in Wien, sehr günstig. Das heißt, Sie haben momentan sehr, sehr viel zu tun, wie ich den Medien entnehmen kann, weil unser heutiges Thema ist der Tiertransport. Genau, ja. Das ist mein Hauptarbeitsbereich. Theoretisch oder auch praktisch? Ich würde sagen, auch praktisch. Also ich habe vor zwei Jahren bei der Rinderzucht Austria begonnen als Tierärztin. Da habe ich vorher gearbeitet in der Hochschule und hatte eigentlich vom Transport keine Ahnung, kannte auch nur die Bilder aus den Medien, die jeder so kennt, die schrecklichen Bilder. Und plötzlich war das hier in meinem Arbeitsgebiet und ich habe mir gedacht, ich muss mir die Transporte wirklich selber anschauen, um überhaupt mitreden zu können, um überhaupt dafür kämpfen zu können. Muss ich wissen, wie sie wirklich ablaufen und habe in den letzten zwei Jahren ganz viele Transporte begleitet und denke, dass ich jetzt auch praktisch weiß, wie das abläuft. Und sind es dann jetzt immer noch die schrecklichen Bilder oder ist das, was Sie früher gekannt und gesehen haben, nicht das, was Sie in der Realität sind? Zum Glück sind es nicht die schrecklichen Bilder. Ich glaube, sonst hätte ich auch diesen Job nicht machen können. Und ich bin sehr ängstlich eigentlich auf die ersten Reisen gegangen. Es waren Kälbertransporte, wo ich mir das auch nicht gut vorstellen konnte, dass ganz junge Kälber transportiert werden und wirklich auch beim Start der Reise ein bisschen Angst hatte, dass die nicht so ankommen, dass ich dafür gerade stehen kann, dass ich für diese Transporte kämpfen kann. Sie sind ja für unsere Landwirte wichtig. Aber ja, man hat ja doch selber, ich bin Tierärztin, ich mag Tiere wahnsinnig gerne und ich war sehr, sehr erleichtert, dass die Transporte so gut durchgeführt werden, dass alle Tiere gesund angekommen sind und dass das mit sehr viel Bedacht gemacht wird. Wenn wir schon einmal die Chance haben, könnten Sie uns einmal erklären, wie so ein Transport vonstatten geht, wie die Tiere vorbereitet werden, wie sie verladen werden. Da machen wir eine kurze Karte, weil es dauert ja sehr lange, der Transport. Wie funktioniert das? Also ich rede jetzt wahrscheinlich am wichtigsten über die Langstreckentransporte. Das sind die, die besonders unter Kritik sind. Wir haben in Österreich einen Stall, einen Handelsstall in der Nähe von Salzburg, wo die meisten Kälber weggehen eigentlich ins Ausland. Die Kälber aus Österreich gehen nach Italien, nach Spanien, manche auch nach Polen und die Kälber werden dort immer montags gesammelt. Die kommen dort aus fast ganz Österreich hin und bleiben dort. Die müssen vom Gesetz her mindestens sechs Stunden an dieser Sammelstelle bleiben und werden dort so ein bisschen ihrem Geschlecht, ihrer Rasse, ihrem Gewicht, dem Alter entsprechend sortiert. Heißt auch Kälbersortierstall dort. Und haben in dieser Zeit die Möglichkeit, sich auszuruhen von dieser Anlieferung und werden dann vor dem Transport, und das ganz besonders in Österreich, auch alle nochmal per Hand gefüttert. Also die kommen dann in einer Box mit, je nachdem, was für eine Jahreszeit ist, 15 oder 20 Tränkeplätzen. Dann haben sie so richtige Nippeltränkensauger, diese Gummisauger, die man kennt. Und die kennen auch die Kälber fast alle von zu Hause und werden dann vor den Transporten nochmal mit drei Liter Milchaustausch, also Milchersatz, gefüttert. Sind das Masttiere oder Schlachttiere? Die Kälber werden verkauft zur weiteren Aufzucht in Italien, Spanien. In Italien wird sehr viel Milchkalb gemästet, also nur mit Milch gefüttert. Und in Spanien werden die Tiere aber aufgemästet ungefähr ein Jahr lang. Genau, das ist ein bisschen verschieden, in welche Strukturen sie gehen. Ja, und dann werden die Kälber verladen. Es ist genau gesetzlich vorgeschrieben, wie viel Platz jedes Kalb braucht. Und das wird in Österreich immer auch unter Anwesenheit der Amtstierer gemacht. Es wird genau kontrolliert. Es gibt auch Regeln, wie man das macht. Und da wird sich sehr viel Zeit gelassen. Die Kälber trinken in diesen Boxen und gehen dann langsam auf den LKW rauf. Da muss nicht getrieben werden oder irgendwas. Die haben einfach Zeit, um hochzugehen. Der ist sehr gut eingestreut, der LKW. Das ist für mich auch wichtig zu sehen, dass die es auch bequem haben. Und wenn dann alle Kälber aufgeladen sind, circa 200 werden da pro LKW transportiert, geht die Reise los. Wie eng stehen die Tiere? Das ist eine Interessensfrage. Ja, das habe ich mir auch so nicht vorstellen können. Im Gesetz ist vorgeschrieben, dass die ungefähr einen halben Quadratmeter Platz brauchen. Das klingt sehr wenig. Also das müssen sie mindestens haben. In den meisten Fällen haben sie mehr Platz. Und die stehen da zuerst. Und das war für mich ganz positiv zu sehen, dass sie sich erstens gleich nach dem Aufladen, weil sie vorher getrunken haben, niederlegen. Weil nach dem, das ist typisch bei Kälbern, die trinken und dann schlafen sie erst mal. Und dann haben wir den ersten Transport gestartet und haben schon in Salzburg ist losgegangen. Kurz vor Rosenheim haben die Fahrer kurz getauscht, bin ich aus dem Auto gesprungen und habe geschaut. Es haben eigentlich alle Kälber gelegen auf dem Transporter. Und das war auch total schön für mich zu sehen, dass die jetzt nicht bis Spanien stehen und dieses Gewackeler auf dem LKW ertragen müssen, sondern die haben sich niedergelegt und eigentlich geruht auf dieser Fahrt. Die hatten auch schön Platz. Die können aufstehen, die können sich bewegen. Das liegt keins übereinander. Es wird bei uns wirklich ganz genau kontrolliert, dass die genügend Platz haben durch die Amtstierärzte. Das heißt, die fahren die ganze Zeit hinterher oder sind am LKW auch mit? Wir sind hinterher gefahren, genau. Im LKW kann man nicht mitfahren. Da fahren zwei Fahrer. Da kann dann keine dritte Person mitfahren, aber wir haben mit dem Auto begleitet, genau. Und dann gibt es aber auch noch so Einrichtungen, den Tiertransportinspektor, oder? Die gibt es auch, ja. Ist das dann zu bestimmten Zeiten bei einem Transport oder bei einem Grenzübertritt oder wo kontrollieren die? Also es ist so, dass der Amtstierarzt, der macht auch Kontrollen beim Wegfahren schon. Der schaut sich die Papiere vorher an. Der ist in Österreich wirklich bei diesen Langstreckentransporten bei dem Wegfahren dabei, hat geschaut, ob die Tiere eh gesund sind, ob von den Papieren her alles passt. Und dann hat jedes Bundesland noch solche Inspektoren. Die machen aber zufällige Kontrollen. Also es kann passieren, dass die auf den Autobahnen stehen und den LKW anhalten und hineinschauen. Das ist Österreich auch so verschrien, weil da so streng kontrolliert wird, dass viele ausländische Transporte Österreich umfahren. Also die fahren gar nicht durch Österreich durch, weil sie wissen, dass bei uns so genau kontrolliert wird. Das heißt, sie haben so ein großes, schlechtes Gewissen, dass sie außen rumfahren? Ja, es ist natürlich auch lästig, kontrolliert zu werden. Es kostet Zeit. Aber es werden wohl doch auch immer wieder Verstöße festgestellt. Wir haben auf diesen Reisen, die wir begleitet haben, nie so eine Kontrolle gehabt. War vielleicht Glück oder Zufall, aber es wird nicht jeder LKW auf der Strecke. Es ist eine Zufallskontrolle. Und dann fahren sie 15 Stunden? Genau. Es ist so, dass die Kälber neun Stunden fahren dürfen. Da müssen sie mindestens eine Stunde Pause haben und dann dürfen sie nochmal neun Stunden fahren. Also insgesamt dürfen die 19 Stunden auf der Strecke sein. Das geht sich nach Italien natürlich ganz leicht aus, vor allen Dingen in die nördlichen Regionen. Nach Spanien ist es ein bisschen schwierig, dass sich das ausgeht mit der Zeit. Da machen sie einen Zwischenstopp. Also da ist es möglich, dass man nach maximal 19 Stunden eine 24-Stunden-Pause macht. Da müssen die Kälber abgeladen werden und 24 Stunden auf so einer Kontrollstelle bleiben. Und die Kälber aus Salzburg, die nach Spanien fahren, die fahren nach Bozen. Das ist das gleiche Unternehmen, das auch den Export durchführt. Die haben dort eine Kontrollstelle, einen Stall, wo die Kälber abgeladen werden. Und dort verbleiben die 24 Stunden, werden dort gefüttert, bekommen die gleichen Milchaustauscher mit genau der gleichen Zusammensetzung, dass das auch für das Verdauungssystem gut ist. Also dass da die Gefahr, dass sie Durchfall bekommen oder krank werden, eingeschränkt wird. Werden dort versorgt und fahren nach diesen 24 Stunden dann weiter nach Vic, das ist in der Nähe von Barcelona. Und das geht sich dann in 15 Stunden aus. Dann machen sie wieder nach neun Stunden eine Pause, bekommen dort Elektrolyttränke zu trinken, Wasser und fahren dann weiter. Und dann kann man das Gesetz sehr gut einhalten. Wie lange darf denn der Fahrer fahren? Der wird ja auch Ruhezeiten haben. Ja, genau. Das ist immer ein bisschen schwierig. Das geht sich aus. Es fahren zwei Fahrer, dass man da die gesetzlichen Bedingungen einhält. Da gibt es eine extra Verordnung dafür. Aber bei diesen kurzen zwei Tagen Transporten ist es kein Problem, dass die Fahrer ihre Zeiten einhalten können, diese Ruhezeiten. Jetzt haben Sie gesagt, viele Kälber aus Österreich gehen nach Italien und Spanien. Gibt es dann nicht genug eigene Kälber in Italien und Spanien? Also warum fährt man so junge Tiere quer durch Europa in und von Ländern, die alle ja Rinderzucht haben? Ja, genau. Also es ist, glaube ich, so ein bisschen, hängt von den Strukturen natürlich vor Ort ab. Wir haben jetzt gerade so im Winter eher die saisonale Abkalbung. Bei uns sind die Kühe ja in den westlichen Regionen im Sommer auf den Almen. Daher fallen bei uns dann, also wir bekommen die eher im Stall, wenn sie wieder zurück sind, ihre Kälber. Dann haben wir besonders viele Kälber in der Winterzeit. Und wir haben einfach gute Bedingungen, um Milchkühe zu halten. Wir haben gerade in diesen Regionen nicht so eine gute Möglichkeit, Kälber zu mästen. Also wir haben weniger Getreide. In diesen Regionen wissen wir alles selber. Und daher ist die Mast eher ausgegliedert worden. Das hat auch was mit dem EU-Beitritt zu tun. Wir sind natürlich da in einem Wettbewerb. Es wird sehr viel Kälbermast in Italien, in Spanien betrieben. Und die Länder sind da sehr darauf spezialisiert. Das ist auch sehr industrialisiert fast. Da werden sehr, sehr große Betriebe mit sehr, sehr vielen Kälbern findet man dort. Und die können das einfach unter anderen gesetzlichen Bedingungen, aber auch unter anderen wirtschaftlichen Bedingungen. Und die Produktion von den Kälbern ist dort einfach viel, viel günstiger, als es in Österreich der Fall ist. Und daher ist es leider so, dass wir unsere Kälber in Österreich nicht gut mästen konnten lange Zeit und eher das Fleisch von Kälbern aus Holland eingekauft haben, um in Österreich zu essen. Das weiße Fleisch, oder? Ja, genau. Das haben wir auch schön gehört. Da sind ja sehr, sehr viele Fragen eigentlich drin in diesen Sätzen. Leg mal los. Die erste Frage wäre gewesen, kommen diese Tiere wieder nach Österreich zurück oder bleiben die dann in der Destination? Nein, die werden in Italien zumeist geschlachtet. Die werden dort aufgezogen und dann geschlachtet. Ein bisschen Probleme haben wir, das ist, glaube ich, denke ich, auch aus den Medien bekannt mit Spanien. Dort werden die Tiere gemästet nach einem Jahr sehr häufig weiterverkauft, auch nach Nordafrika. Und da gibt es eben die Bilder, die unschönen Bilder von den Schiffstransporten, aber auch von den Bedingungen bei der Schlachtung in Nordafrika. Und das ist eben ein Grund, warum es da ja sehr, sehr viel Kritik dran gibt. Und das ist auch etwas, was weder ein Landwirt noch an Tierarzt sehen kann, diese Bilder, die man dort in den Medien gesehen hat von der Schlachtung. Und da hat es jetzt ja in Österreich sehr, sehr viele Initiativen dafür gegeben, dass wir jetzt wirklich versuchen, dass die Kälber in Österreich bleiben können und auch in Österreich geschlachtet werden. Wie gelingt das? Wo kann man da ansetzen, dass man diesen Markt ein wenig verändert? Ja, auf der einen Seite ist es natürlich ein Bewusstsein, das man schaffen muss bei der Bevölkerung, dass da Unterschiede gibt zwischen dem Fleisch, oder dem Kalbfleisch, das in Holland produziert worden ist und dem Fleisch, was in Österreich produziert wird, dass es da einfach andere Rahmenbedingungen gibt. Das ist ganz wichtig, dass die Herkunft auch dem Konsumenten wichtig ist und dass er darauf achtet. Genau. Und da muss man natürlich auch darauf achten, dass es auch für die Landwirte wirtschaftlich möglich ist, dass dieser Wettbewerb irgendwie, dass sie sich dem stellen können, dass es auch möglich ist, damit zu verdienen. Das heißt, man bräuchte eigentlich wahrscheinlich strategische Partnerschaften mit dem Handel oder auch mit der Gastronomie, wenn man sagt, es gibt gezielt ein Programm, man nimmt, ich weiß nicht wie viele Kilo, Tonnen Kalbfleisch von österreichischen Betrieben verlässlich ab und kommuniziert das dann auch nach außen, um den Konsumenten da überhaupt eine Chance zu geben, das auszuwählen, oder? Genau, also das beginnen wir jetzt auch ganz massiv. Es gibt da verschiedene Initiativen. Es gibt auf der einen Seite das Kalb Rosé, wo man versucht, die Kälber, man schafft das nicht, dass das Fleisch so weiß ist, wenn man sie unter österreichischen Bedingungen aufzieht. Bei uns ist doch üblich, dass die Kälber nicht nur Milch bekommen, das dürfen sie auch vom Gesetz her nicht, dass sie nur Milch bekommen, sondern sie müssen auch eine gewisse Menge Rohfaser bekommen. Warum ist das so geregelt? Oder mit welchem Hintergrund? Der Hintergrund ist der, dass die Milch sehr eisenarm ist und wenn man die Tiere nur mit Milch oder Milchaustausch erfüttert, dann haben die einen Eisenmangel und Eisen sind wichtige Komponente im roten Blutfarbstoff und der macht eben auch das Fleisch rot. Das klingt aber nicht sehr gesund für die Tiere. Genau, also jedes Säugetier, das auf die Welt kommt, hat einen gewissen Eisenmangel und der muss aber dann über die weitere Zeit ausgeglichen werden. Und in Österreich ist es so, dass die Kälber eben auch Heu bekommen. Das ist sehr eisenreich, Gras und dadurch verfärbt sich das Fleisch so rötlich. Und der Konsument ist es aktuell gewohnt, dass das Kalbschnitzel ganz weiß ist und verlangt auch sowas. In anderen Ländern ist es einfach anders. Da werden die Kälber mit Milchaustauscher gefüttert, bekommen sehr, sehr wenig Stroh als Raufutter, das nicht so eisenhaltig ist. Und dadurch schafft man das, diese weiße Farbe zu erhalten. Schlecht ist das für die Kälber deshalb, weil Eisen ist auch ganz wichtig für das Immunsystem. Für den Aufbau von Antikörpern braucht man Eisen und die Kälber sind einfach anfälliger für Erkrankungen, für Grippeerkrankungen, für solche Dinge. Und die Gefahr natürlich, dass wenn man anfällig ist und irgendeine Rindergrippe bekommt und dann muss man Antibiotika einsetzen, solche Geschichten ist relativ hoch. Was ich nicht verstehe, ist, dass es in der EU keine einheitlichen Regelungen gibt. Es gibt dazu ein einheitliches Gesetz. Also es gibt wirklich eine EU-Verordnung zum Schutz der Kälber. Aber die wird natürlich auch überall ein bisschen verschieden ausgelegt. Und es hängt wahrscheinlich nicht nur an dieser Verordnung, sondern auch an der Möglichkeit, an den Strukturen. Es ist halt in Holland sehr, sehr leicht. Die sind einfach darauf spezialisiert. Die haben 5000 Kälber. Häufig gehören die Betriebe, die das Futter produzieren und die Betriebe, die die Kälber halten und auch die, die die Kälber schlachten, sind in der gleichen Hand, gehören den gleichen Besitzern. Dadurch ist das dort auch möglich. Und dieses Gesetz fordert ein bisschen, dass der Boden, auf dem die Kälber liegen, verformbar ist, dass ganz kleine Kälber Einstreu haben. Das kann man schon ein bisschen verschieden auslegen. Und es gibt eine einheitliche Verordnung, aber sie ist von Land zu Land ein bisschen verschieden ausgelegt. Haben Sie eine Vorstellung oder keine Ahnung, ob man diese Zahlen kennt, wie viele Kälber im Jahr von Österreich im Kalbalter ins Ausland gehen? Ja, genau. Es sind so zwischen 40.000 und 60.000 Kälber, die im Jahr exportiert werden. Und gleichzeitig wird aber das Fleisch von 100.000 Kälbern eingekauft. Boom. Es gehen 40.000 bis 60.000 Tiere raus und Teile wahrscheinlich von 100.000 Tieren werden reimportiert oder halt importiert, nicht einmal reimportiert. Was kann ich? Das ist ja für einen Konsumenten und eine Konsumentin undurchsichtig. Ich habe keine Vorstellung von diesen Dimensionen und Prozessen. Was kann ich tun? Also ich weiß, ich isse gerne Kalbschnitzel und ich frage in jedem Restaurant, woher das Kalbfleisch kommt, wo die das kaufen, weil ich mir denke, das Interesse hilft dann dem Gastronomen auch möglicherweise umzustellen, wenn er merkt, dass jeder fragt und es ihm lästig würde, theoretisch. Aber welche Möglichkeiten haben wir das zu verändern? Ja, es ist genau das, was Sie angesprochen haben. Ich denke, im Einzelhandel, da sieht man das schon, wo die Produkte herkommen. Da ist es ja gekennzeichnet. Aber in den Restaurants, aber auch in der Gemeinschaftsverpflegung, in den Krankenhäusern, da hat man keine Ahnung, was am Tisch ist. Und speziell das Kalbfleisch ist ja eigentlich ein Produkt, das man eher in der Gastronomie konsumiert. Zu Hause koche ich persönlich sehr, sehr wenig Kalbfleisch. Vielleicht in verarbeiteten Produkten, aber da sieht man es ja auch nicht, wo es herkommt. Ich glaube, es muss einfach ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass die Lebensmittel in den verschiedenen Ländern verschieden hergestellt werden und auch die Tierwohlstandards unterschiedlich sind. Und dass das, was wir in Österreich haben, doch besonders ist im Vergleich zu anderen Ländern. Und dieses Bewusstsein muss auf verschiedene Weisen geschaffen werden. Auf der einen Seite natürlich durch eine Kennzeichnung der Produkte. Und ich glaube, wenn man sieht auf den Speisekarten, dass man sich auswählen kann, ob das Fleisch aus Italien, aus Polen oder aus Österreich kommt, dann wird einem einfach bewusst, okay, da ist ein Unterschied. Ja, und ich denke, es muss auch Kampagnen geben für Leute, die sich nicht mit der Landwirtschaft beschäftigen, dass denen einfach klar ist, da ist ein Unterschied. Und wir sind in Österreich doch in einer besonderen Lage. Wir sind ein kleines Land, alles ist streng kontrolliert, die Tiere haben eine Bedeutung für die Landwirte. Das, denke ich, ist auch ganz, ganz wichtig. Das heißt, Sie würden, und ich glaube, Sie sind neutral, weil Sie, glaube ich, nicht Österreicherin sind. Doch, bin ich schon. Sie sind schon Österreicherin. Ich habe mir eher gedacht, so aus dem Bayerischen. Nein, gar nicht. Also wenn überhaupt. Nein, ich bin Österreicherin, ich habe einen Tiroler Vater, bin aber in Deutschland aufgewachsen. Also sagen wir, Sie sind neutral. Ja, ich bin aber nicht in Bayern, sondern in Nordrhein-Westfalen, in dem von Köln aufgewachsen. Noch neutraler. Okay, noch neutraler. Würden Sie österreichisches Fleisch bevorzugen, wenn Sie die Wahl haben? Ja, natürlich, natürlich. Auf jeden Fall. Also ich denke, alles, das, was aus Österreich kommt, kann man sehr, sehr gut im Gewissen konsumieren. Und ich persönlich achte da auch drauf. Wie sehen denn das die Landwirte und Landwirtinnen, die jetzt in der zentralen Arbeitsgemeinschaft der Rinderzüchter organisiert sind? Also Ihre, ich vermute, Mitgliedsbetriebe sind das wahrscheinlich. Wie sehen die das Thema? Und was sagen die? Was tun die? Und Ergänzungsfrage, von welchen wirtschaftlichen Unterschieden spricht man denn da? Also warum ist der Export überhaupt relevant? Das muss ja irgendwann einmal entwickelt haben, diese Situation. Sie haben es schon angesprochen, die EU hat sicher einiges beeinflusst. Aber ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, woher kommt die Sache? Und was heißt es für den Landwirt? Also gibt es, sehen die überhaupt einen Ausweg, das zu ändern? Also ich denke, die Maßnahmen, die jetzt getroffen worden sind, es gibt ja verschiedene Projekte, ich habe es eben schon kurz angesprochen. Es gibt ja den Tierwohlpakt auch von Seiten des Bundesministeriums, wo jetzt das Kalb aus Österreich, das Milchkalb, aber auch Kalb Rosé in das Arma Gütesiegel aufgenommen wird. Da gibt es ja dann auch spezielle Förderungen dafür. Es gibt auch in einigen Bundesländern, zum Beispiel in Tirol und in Salzburg, Förderungen, wenn man die Kälber im eigenen Land behält. Sind die neu die Förderungen? Das ist alles. Seit letztem Jahr wird das eingeführt und es sind die ersten Projekte gestartet, die sehr erfolgreich gestartet sind. In Kärnten eben dieses Kalb Rosé, das ist relativ neu in Österreich. Es ist auch eigentlich eine holländische oder norddeutsche Geschichte, wo man die Kälber ein bisschen bis zu acht Monaten mästet. Die bekommen am Anfang Milch, bekommen dann eher Stroh und Mais-Silage. Das sind Produkte, die weniger Meisen enthalten. Das Fleisch ist dann aber nicht so weiß, sondern ist so rosa Farben. Das hat man jetzt auch über die Argerind in Kärnten, in Oberösterreich, Niederösterreich gestartet. Und das sind schon sehr erfolgreiche Projekte, die auch schon dazu geführt haben, dass viel, viel weniger Kälber in den Export gehen. Vielleicht zur Erklärung, die Argerind ist eine Arbeitsgemeinschaft, die für Vermarktung zuständig ist. Genau. Und durch diese Förderungen, es ist so, dass man eigentlich ungefähr, ich glaube, der Holländer bekommt für ein Kilo Fleisch 5,50 Euro und in Österreich bräuchte man 8,50 Euro von den Kosten her, um das, was man in Österreich investieren muss, für die Mast des Tieres, dass das bezahlt wird. Und da sind doch deutliche Unterschiede. Und durch diese Förderung ist es für die Landwirte möglich, die Kälber jetzt auch in Österreich zu mästen. Sind das nationale Förderungen oder EU-Förderungen? Das sind nationale Geschichten. Das heißt, der Staat stützt letztendlich. Ja, genau. Muss stützen. Es sind natürlich in weiterem Sinne EU-Gelder, die gemeinsame Agrarpolitik, aber es sind nationale Geschichten, also die sich jetzt von anderen Ländern unterscheiden. Wo kann ich mich informieren? Weil jetzt sprechen Sie einige Maßnahmen an, die nicht mal mir alle bewusst waren, ehrlicherweise. Und ich denke, wir schauen doch schon sehr tief in die Landwirtschaft rein und was passiert. Wo bekomme ich das mit und wo kann ich mich aktiv informieren, wenn es mich als Konsument interessiert? Das sind wahrscheinlich noch so ein bisschen regionale Geschichten. Die Zuchtverbände, die Agrarinnen sind da schon aktiv. Da gibt es natürlich genauso Facebook-Auftritte, Werbemaßnahmen. Aber ich gebe Ihnen schon recht, wenn man jetzt sich zum Beispiel in Wien im Supermarkt bewegt, dann ist das da noch nicht richtig angekommen. Gerade dieses Calprosé, das läuft sehr gut an. Es sind noch große Ketten, die jetzt da schon Interesse daran haben, dieses Fleisch aufzunehmen. Da müssen wir jetzt erstmal noch Betriebe finden, die überhaupt in diesem Maße, wo Nachfrage wäre, die Tiere aufziehen können. Also es ist wirklich noch in der Startphase. Siegt wahrscheinlich auch daran, dass es eher noch so regional bekannt ist. Aber wir sind da doch sehr optimistisch, dass es in den nächsten Jahren sich ausbreitet und dass deutlich weniger Tiere exportiert werden müssen. Nachdem wir über den Tellrand blicken, vielleicht ein paar Worte auch zum Schwein. Ja, da bin ich aber ganz schwach beim Schwein. Nein, nur so. Sind die Rahmenbedingungen beim Schwein, beim Export ähnlich streng wie beim Rind? Ich glaube, es werden nicht so viele Schweine zum Aufziehen aus Österreich weg exportiert. Das ist der Unterschied bei der Geschichte. Der Transport ist beim Schwein weniger in der Kritik und auch kein so großes Thema. Ich habe übrigens die absoluten Zahlen nicht sehr hoch gefunden. Also ich hätte gedacht, dass wesentlich mehr Tiere transportiert werden. Bei den Kälbern? Ja. Wie schaut es denn aus mit den erwachsenen Rindern? Da ist es so, dass wir in Österreich keine Tiere zur Mast oder zur Schachtung in Drittlinder exportieren. Also die bleiben in der EU. Das, was für uns, für die Zentrale Arbeitsgemeinschaft der Rindertzüchte ein großes Thema ist, sind die Zuchttiertransporte. Da habe ich auch in den letzten Jahren welche begleitet. Zwei, um genau zu sein, nach Aserbaidschan und die Türkei. Das ist auch ganz, ganz streng reglementiert, überwacht, kontrolliert. Steht auch in der Kritik. Aber da muss ich auch sagen, dass wir auf einem sehr, sehr hohen Standard arbeiten. Warum interessiert sich Aserbaidschan für österreichische Rinder? Oder welche Rassen sind es dann? Ja, also das ist das Besondere in Österreich. Wir haben ja das Fleckvieh, die Zwei-Nutzungsrasse. Die ist unsere Hauptrasse in Österreich. Und wir züchten da seit vielen Jahren mit sehr viel Fokus. Nicht nur auf die Leistung, was ja immer kritisiert wird, sondern auch auf Gesundheit, Langlebigkeit, Fitness, Eutergesundheit. Die können leicht abkalben. Das ist für diese Länder auch ganz, ganz wichtig. Und die Fleckvieh-Tiere sind anpassungsfähig. Also die können auch mit einer anderen Futterqualität gut umgehen. Die geben da ein bisschen weniger Milch, aber können trotzdem tragend werden, gesund bleiben und viele Jahre auf den Betrieben bleiben. Und das ist der Grund, warum unsere Rinder eigentlich weltweit sehr gefragt sind. Aber die absoluten Zahlen sind natürlich bei Zuchtdieren wesentlich geringer. Sind geringer, ja. Es sind ungefähr 20.000 bis 30.000, sind ein bisschen vom Jahr zu Jahr verschieden. Hängt von der Nachfrage in den Zielländern ab. So viele Tiere sind das ja genau. Ich habe im Kopf aus früheren Zeiten, dass es große Herden von Binsgauer-Rindern auch in Australien und Südamerika und so weiter gibt, oder? Weil die auch einen sehr offensichtlich guten Ruf haben. Das gibt es. Ich glaube, das ist so ein bisschen eine Beliebtheitsgeschichte, aber die Hauptzahl sind die Fleckvieh. Die machen wirklich die große Masse aus, die aus Österreich weggehen. Und die sind natürlich auch beliebt aufgrund der Zweinutzung. Die Kühe geben gut Milch, sind anpassungsfähig und die Kälber lassen sie aber auch gut mästen und dann schlachten. Wir haben einmal den Export so angerissen. Import. Wer begleitet einen Import aus? Wir haben über rund 100.000 Tiere oder Tierteile gesprochen. Wer schaut auf diese Tiere? Die Tiere kommen ja schon als Fleisch nach Österreich, wenn es um die Kälber geht. Also die werden nicht in Österreich geschlachtet, sondern die werden in Holland geschlachtet, in Polen geschlachtet. Schlachten wir überhaupt Tiere in Österreich, die nicht in Österreich geboren wurden, oder hat sich das komplett aufgehört? Nein, das gibt es auch. Das gibt es noch. Interessant, weil das kann ich nicht als österreichisches Fleisch vermarkten. Nein, das wird es ja auch nicht. Als was für Fleisch wird das dann vermarkten? Ja, Deutschland oder woher. Naja, es ist ja zum Beispiel in verarbeiteten Produkten sowieso nicht immer angegeben, wo das Fleisch herkommt. Also es lohnt sich wirklich darauf zu achten, ob ein Produkt in Österreich, also ein armer Gütesiegel trägt. Also das beeinflusst meine Kaufentscheidung sehr wohl. Die Kennzeichnung scheint mir immer stärker in den Fokus zu rücken. Ja, bei diesem Thema auf jeden Fall. Auch eine Vereinfachung, oder? Um interpretieren zu können. Ich kann es ja selbst nicht überprüfen als Konsument beim Kauf. Das heißt, ich brauche irgendjemanden, der mir bescheinigt, das ist das. Die Entscheidung muss ich eh selbst treffen, was ich dann kaufe. Es bleibt ja jedem unbenommen, wo er seine Präferenzen sieht. Und wer sagt uns das? Dann das Gütesiegel, offensichtlich. Das auf jeden Fall. Aber es muss ja eine allgemein gültige Regelung, insbesondere auch für Fertigprodukte und Restaurants. Das ist eben aktuell nicht der Fall. Und das ist etwas, was wir uns eben sehr wünschen. Es ist sicher eine schrittweise Geschichte. Es ist auch auf EU-Ebene nicht so leicht, die Herkunft zu kennzeichnen, gesetzlich. Also man muss dann wirklich auch Qualitätsunterschiede haben, dass man das kennzeichnen darf. Beim Brinderfleisch ist es möglich. Und ich denke, aktuell steht im Regierungsprogramm, dass man mit den Gemeinschaftsverpflegungen beginnt. Und das ist, denke ich, auch ein ganz guter Schritt. Wir wünschen uns natürlich, dass das auf jedem Teller ist, dass man auch im Restaurant sieht, dass das Fleisch, das Schnitzel, das Wiener Schnitzel nicht mit Fleisch aus Holland hergestellt wird, sondern aus Österreich. Aber ich denke, wenn man schon mal in der Kantine gesehen hat oder im Krankenhaus gesehen hat, dass das gekennzeichnet ist, dann fragt man sich auch irgendwann, warum denn im Restaurant nicht? Es ist auch eine Bewusstseinsbildung. Und es muss ja nicht alles sofort geschehen, sondern man kann ja auch da schrittweise vorgehen. Und ich denke, auf jeder Speisekarte, wo man sieht, dass Kalb kommt aus Österreich, das Fleisch, das sackt ja auch irgendwo und beeinflusst auch Leute, die sich mit Landwirtschaft gar nicht auseinandersetzen. Weil ein gutes Gefühl für Österreich haben wir. Österreich hat doch fast alle oder man fühlt sich doch sehr sicher in unserem Land. Und ich denke, das bildet das Bewusstsein und ist sicher einfach eine Stufengeschichte. Muss ja nicht alles sofort geschehen. Ich bin ja vorher eiskalt in eine Frage gegrätscht. Eine Frage war, wer kontrolliert die Lebendtier-Importe? Das wird in allen Ländern natürlich durch die Amtstierärzte kontrolliert, wobei man sagen muss, dass wir jetzt bei Rindern sehr, sehr wenig importieren nach Österreich. Importieren wir Huhn, Lebendhuhn, Lebendschwein? Ich habe diese Fragen, die ich ganz, ganz schwer beantworten kann mit den Zahlen. Ich glaube aber, das allgemein, ganz ehrlich, kann ich nicht beantworten. Gut, werden wir bei anderer Gelegenheit rausfinden. Die Zahlen sind aber geringer als ich angenommen habe. Irgendwie. Ja, ich muss auch sagen, dass die Zahl der Tiere, vielleicht nochmal auf diese Spanien-Geschichte zu gehen, weil das ist ja das, was am meisten unter Kritik steht, weil die Spanier sehr viel Handel mit Nordafrika betreiben. Und wir haben in den letzten Jahren maximal 20.000 Kälber nach Spanien geschickt und von denen gehen auch nicht alle nach Nordafrika. Die Zahl ist sehr gering. Trotzdem sollte natürlich keinem Tier so ein Schicksal widerfahren. Aber wir haben das wirklich mit diesen Maßnahmen, die aktuell getroffen werden, mit diesem Kalb Rosé, mit der Förderung der Milchkalbmast in Österreich, in der Hand sehr schnell das Risiko zu senken, dass eins unserer Tiere in Nordafrika landet. Also es ist eben kein so großes Thema, dass wir nicht in den Griff bekommen können, sondern wir haben da echt die Chance zu sagen, es wird das bald nicht mehr geben. Die Gefahr, dass ein Tier aus Österreich dort landet, ist sehr, sehr gering. Ich habe eine Verständnisfrage und dann eine zweite Frage. Die Verständnisfrage, Sie haben vorhin erklärt, für mich sehr nachvollziehbar das Thema Milchaufzucht versus auch mit Festfutter ergänzt. Und jetzt sagen Sie, es gibt ein Milchkalbförderungsprogramm. Wird da auch zugefüttert? Das muss zugefüttert werden. Also das ist ganz klar, in Österreich muss zugefüttert werden. Aber es ist natürlich ein bisschen, man kann sich, also man muss zufütteren. Aber das Kalb kriegt Milch und keinen Milchaustausch und ein Raufutter dazu. Genau. Und das Zweite ist, besteht die Möglichkeit, oder vielleicht gibt es das schon, wenn man sagt, die Zustände des Transports und der Schlachtung dann im nordafrikanischen Raum weichen halt offensichtlich sehr stark von unseren Vorstellungen ab. Kann man da so eine Art Entwicklungshilfe oder Know-how-Transfer anstreben? Das gibt es bereits. Also wir haben von der Zar auch schon in vielen Ländern Zusagen, dass dann diese Corona-Pandemie endlich vorbei ist, dass wir auch Schlachthöfe anschauen dürfen, dass wir uns auch mal selber ein Bild machen können davon, wie schlimm ist das wirklich dort vor Ort. Weil wenn man mit den Leuten aus den Ländern spricht, viele sagen auch, es ist gar nicht so, wie es dargestellt wird. Das möchte ich einfach auch selber sehr gerne wissen. Es gibt aber tolle Tierschutzorganisationen, die auch schon in muslimischen Ländern unterwegs sind, die dort auch Bewusstseinsbildung bei den Schlachthofpersonal machen, die auch gerade für das Tierwohl bei den Schächten arbeiten. Und da gibt es auch schon positive Beispiele natürlich. Aber es ist natürlich auch ein Prozess, der geschehen muss. Aber da ist schon allerhand am Weg. Was ich sehr interessant finde bei unserem Gespräch, dass wir das erste Mal ein gewisses Feeling für Kosten und Preise auch kriegen. Also ich habe den Eindruck, dass österreichisches Fleisch rund 40, 50 Prozent teurer produziert wird, als Länder, die sehr, als Tiere, die in Ländern produziert werden, die große Quantitäten produzieren. Also Niederlande, Deutschland weiß ich nicht, Spanien offensichtlich. Das heißt, der Konsument muss auch irgendwie herangeführt werden an ein höheres Preisniveau. Notwendigerweise, wenn man mal die Förderungen weglasst. Ja, ich denke, das Bewusstsein für die Qualität und dass man Qualität auch bezahlen muss, das muss sich auch bilden. Aber jetzt, mein Eindruck ist, wir gelernten Österreicherinnen und Österreicher fordern ja ohnehin sehr stark und sehr laut Qualität und verlassen uns darauf, dass es die gibt. Auch zu Recht aus meiner Sicht. Und das ist ein wichtiges Thema. Wir hatten auch noch nie so sichere Lebensmittel wie heute wahrscheinlich. Aber es weicht dann doch ab und an ab, wenn es um die eigene Bereitschaft geht, es auch tatsächlich zu zahlen, die angekündigte Preisbereitschaft. Kann da die Arbeitsgemeinschaft, können Sie da etwas tun? Was kann man tun? Es geht ja nicht darum, dass da jemand sich eine goldene Nase verdienen möchte. Es geht ja nur darum, Kosten zu decken, oder? Ja, ich glaube, das kennt wahrscheinlich auch doch jeder von sich selber. Oder ich kenne das auch aus der eigenen Familie. Ich bin jetzt sehr landwirtschaftsnah, mir ist das sehr bewusst. Mein Mann ist Jurist, müsste man jetzt eigentlich auch denken, der würde sich für sowas interessieren. Der kauft immer wieder Produkte, die ich selber nicht einkaufen würde. Ich schimpfe dann immer. Und da denke ich mir, wir müssen da sehr, sehr viel erklären und Bewusstseinsbildung machen. Und leider ist es wirklich so, dass wahrscheinlich jeder, den man fragt, ob er bereit ist, für Bio mehr zu bezahlen oder sich dafür entscheidet, Produkte aus Österreich zu kaufen, ob ihm das bereit ist, mehr zu zahlen, dann an der Theke doch zu anderen Produkten greift. Ja, es ist wahrscheinlich auch ein bisschen eine traditionelle Geschichte. Geiz ist geil, war doch viele Jahre lang Angebote, auf die alle reflektiert haben. Ich glaube, dass das alles nicht von jetzt auf gleich geht. Das ist alles ein Prozess, was wir dafür tun können. Ich glaube, es ist einfach eine Bewusstseinsbildung, die von allen Seiten betrieben werden muss. Und wir sind ja auch da am Beginn schon ganz gut unterwegs, denke ich. Die Programme, die Sie angesprochen haben, sind das Bioprogramme oder konventionelle? Nein, es sind konventionelle Programme. Gibt es nochmal gezielt irgendwas im Biokalb-Bereich? Also jetzt speziell, es gibt Biokälber natürlich auch, die Mast, die speziell gefördert sind. Aber diese neuen Produkte haben jetzt nichts mit Bio an sich zu tun, sondern gibt es mit der Herkunft in Österreich. Ja, interessant. Ich bin out of stock, was Fragen betrifft. Es war so dichte Information. Ich sehe nur eine enorme Diskrepanz zwischen der Kritik, insbesondere auf sozialen Medien. Und das sehe ich jeden Tag, Facebook, Twitter und so weiter. Und auf der anderen Seite dann die Informationen, dass die Transporte gesetzeskonform und qualitativ hochwertig offensichtlich durchgeführt werden. Ja, die Diskrepanz kenne ich natürlich auch. Und damit habe ich auch in meinem privaten Umfeld natürlich zu tun, weil mich auch jeder fragt, wie kannst du dort arbeiten und wie kannst du eigentlich fast dafür kämpfen, dass die Transporte weiter durchgefährt werden. Ich kann das aber wirklich mit gutem Gewissen, weil ich so viele Transporte gesehen habe und weil das auch in Österreich sehr zentral organisiert wird. Und es sind nicht irgendwelche, es sind nicht viele Firmen, die das machen. Es ist eigentlich eine Firma, die diese Kälber transportiert. Und die machen das seit vielen Jahren mit den gleichen Transportunternehmen. Es sind immer die gleichen Käufer. Es sind einfach ganz klare Wege, die ich so oft mit eigenen Augen gesehen habe, dass ich einfach weiß, wie es abläuft. Die Bilder, die man sieht, sind sehr, sehr häufig keine Transporte aus Österreich. Und ich habe selber auch auf den Reisen jetzt in die Türkei auch Transporte gesehen, die mir überhaupt nicht gefallen haben, die mich auch emotional belastet haben, solche Tiere zu sehen. Und ich bin dann immer wieder froh, dass es in Österreich nicht so ist, weil das ganz streng in der Hand der Amtstierärzte ist. Aber es ist schon ein Thema. Man muss dafür Bewusstsein kämpfen. Nur wir sind ein Land in Österreich und auch in Deutschland wird das sehr, sehr streng kontrolliert und kritisiert. Und dabei sind wir eigentlich die Länder, wo das sehr, sehr gut abläuft. Das ist ein bisschen unfair und deshalb finde ich die Vorwürfe auch oft schade und unbegründet. Aber ja, den müssen wir uns leider stellen. Aber ist es nicht grundsätzlich wichtig oder ich denke, es ist wichtig, dass man das Thema, auch wenn es vielleicht nicht immer genau ins Schwarze trifft, aber grundsätzlich das Thema der Tiertransporte genauso wie man Schlachtung thematisieren muss, weil ich schon der Meinung bin, dass wir uns für das, welche Mengen an tierischen Lebensmitteln wir konsumieren, jetzt im Schnitt der Gesellschaft, viel zu wenig damit beschäftigen. Was braucht es denn, bevor ich das Essen am Teller habe? Was ist Haltungsbedingungen? Wie wird ein Tier gefüttert? Was braucht es? Das sind tierische Anforderungen. Nicht zu vergleichen mit unseren menschlichen Bedürfnissen. Also wie viel Aufwand, auch was den Aufwand des Landwirts betrifft, was die Kosten betrifft und was eben auch die Dauer betrifft. Wie lange muss ich denn ein Tier halten, aufziehen meistens? Und dann essen wir oft nur so wenige Teile von einem Tier, das wir schlachten. Also ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass es sichtbarer wird, dass wir uns damit auseinandersetzen. Und es gibt immer noch Abweichungen von dem, was sein sollte. Österreich ist vielleicht ein Vorzeigeland im Vergleich zu dem, was Sie gerade beschreiben. Ich bin sicher, es wird auch hier noch nicht hundertprozentige Garantie oder Sicherheit geben. Und für mich bleibt schon noch eine Frage, Sie sind die Fachfrau, aber als Laie, die Zeiten, die Sie genannt haben, die rechtlich auch erlaubt sind, sind für mich ein Wahnsinn, wie lange diese Tiere fahren dürfen. Und dann die Pause, diese Stunde, die Sie stehen, da stehen Sie ja im Transport, oder? Da kommen Sie nicht raus. Genau. Also ich bin keine Fachfrau, Sie sind die Fachfrau, aber als reinen Konsument, die kleinen lieben Kälber, denke ich mir, wow, das ist schon eine sehr lange Zeit, wo die im Lkw stehen. Ja, genau. Also ich muss sagen, ich habe es gleich am Anfang auch gesagt, dass ich auch ein bisschen Angst davor hatte, diese Transporte zu begleiten. Gerade diese jungen Tiere zu transportieren, kommt einem komisch vor, oder erstaunlich, oder muss es wirklich sein? Ich bin auch froh, weil jedes Kalb, das nicht transportiert werden muss, weil natürlich ist es anstrengend für die Kälber. Vielleicht noch zu den Kritikpunkten. Ich bin auch froh, dass die Tierschutzorganisationen sich diesem Transport annehmen, weil nur durch die massive Kritik, die eben in Österreich auch offene Ohren trifft, haben wir ja so gute Transporte. Deshalb läuft das auf so einem hohen Niveau ab, weil man es sich einfach nicht leisten kann, Fehler zu machen. Die Transportzeit, ja, die ist gesetzlich vorgegeben. Natürlich hält man sich an diese Gesetze, man muss auch gewisse Ziele erreichen. Ich habe es jetzt einfach schon mehrfach, die Kälber gesehen, und sie kommen einfach sehr gut am Ziel an. Wir haben den Transport begleitet. Nach den neun Stunden haben die Kälber alle gelegen, und dann sind wir ganz neugierig zu den Gittern gegangen. Und ich glaube, wenn wir am Gitter nicht geschaut hätten, wären die gar nicht aufgestanden. Die hätten einfach weitergelegen und wären gefahren. Sie haben dann getrunken, sie können ihren Durst stillen, wenn sie dann durstig sind, und sind dann nach diesen weiteren neun Stunden in Spanien war ich mit auf Reisen, aber auch schon in Italien, abgestiegen. Wir haben sie untersucht danach, wir haben Fieber gemessen, wir haben die Herzfrequenz überprüft. Wir haben auch nachher mit den kaufenden Landwirten gesprochen, ob die Tiere nach dem Transport irgendwelche Abweichungen zeigen, ob die sehr krank werden oder einfach vom Immunsystem her geschwächt sind, und haben da eigentlich nur positive Meldungen bekommen, weil diese Transporter einfach gut durchgeführt werden, weil die Tiere vorher gefüttert werden, weil einfach auch darauf geachtet wird, dass immer die gleichen Fütterungssysteme verwendet werden. Man versucht eben rund um diesen Transport, der notwendig ist, der auch sicher eine Belastung für die Tiere ist, aber alles rundherum so gut zu machen, dass die Tiere es gut überstehen. Ich habe noch eine Frage zum Transport. Die Fahrer, die beiden Fahrer, die da immer unterwegs sind, ich vermute, die werden auch irgendwie speziell geschult wahrscheinlich, aber die Verantwortung ist ja eine nicht unwesentliche. Und was mich noch interessieren würde, ich weiß nicht, ob Sie es beantworten können, aber Sie meinten, es ist ohnehin eine Firma, die das durchführt. Sind es dann auch Angestellte dieser Firma? Weil im Schlachtbetrieb habe ich ja meistens Leiharbeitskräfte, auch durchaus in einem Austausch mit wenig Bezug wahrscheinlich auch mit einer Bezahlung, die jetzt sozusagen nicht unseren österreichischen Vorgaben entsprechen würde. Also dort hat man recht eigenartige Konstrukte teilweise. Wie ist das bei den Transportern? Also speziell bei den Kälbern ist es so, dass der Großteil der Kälberexporte über die Firma Putzenimport abläuft. Und diese Firma arbeitet seit 30 Jahren mit dem gleichen Transportunternehmen. Das sind drei italienische Brüder. Das ist eine Südtiroler Firma. Das ist natürlich sehr fein. Die können sich mit sprachlich sehr gut verständigen. Da herrscht sehr viel Routine. Und die Fahrer, das ist EU-weit vorgeschrieben, brauchen eine Ausbildung für Langstrecken, für Tiertransporter allgemein und für Langstreckentransporter eine spezielle. Und diese Fahrer machen das seit 30 Jahren, fahren jede Woche in die gleichen Regionen, kennen die Betriebe. Und es war für mich wirklich schön zu sehen, wie gut die mit den Kälbern umgehen können. Da war kein Schreien notwendig. Die haben einfach die Griffe so gut drauf. Die haben das so gut im Griff. Das ist aber sicher auch etwas Besonderes. Das muss man wirklich hervorheben, dass das Wohl der Tiere in der Hand der Fahrer liegt. Wir haben ja auch Zuchttiertransporte in der letzten Zeit begleitet und dort auch immer wieder sehen können, dass es ganz entscheidend ist, dass den Fahrern die Tiere wichtig sind. Die Fahrer sind wirklich für die Fütterung verantwortlich auf der Reise. Die können abschätzen, in was für einem Tempo sie fahren. Also da sind so viele Punkte von der Planung her zur Anfahrt an die Grenze, wo doch immer mit den Fahrern auch gesprochen wird. Das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Aber da ist es, was den Kälbertransport angeht in Österreich, wirklich sehr schön, dass das in einer Hand ist seit vielen Jahren mit sehr, sehr viel Expertise und immer die gleichen Fahrer fahren. Frau Bandt, wie groß die Unterschiede zwischen Wahrnehmung und Realität ist. Ich muss ehrlich sagen, dass ich mit einem guten Gefühl aus diesem Gespräch gehe. Ja, also was das Transportwesen, vor allem Sie geben so viele Einblicke, also man kann so gut nachvollziehen, auch wie es abläuft irgendwie, in Österreich betrifft oder das halt in österreichischer Hand auch ist. Weil, wie Sie gesagt haben, die Bilder, die man vielfach sieht, sind offensichtlich aus anderen Ländern. Das macht ja dort das Leid nicht kleiner. Aber es ist zumindest so, dass man sagen kann, das, was wir kontrollieren und überblicken können aus Österreich, umso mehr muss der Antrieb sein, das sehr lokal zu halten in Wirklichkeit. Oder wie Sie gesagt haben mit den Programmen, auch jedes Kalb, das nicht transportiert wird, ist ein besseres Kalb wahrscheinlich. Also als Zielorientierung zu sagen, was können wir mitnehmen, jetzt auch als Konsumenten zu unterstützen, dass mehr Kalbfleisch in Österreich, oder mehr Kälber gemästet werden so in Österreich. Ich bin neugierig, was wir für Kommentare auf diesen Podcast kriegen. Ja, wird interessant, weil es eine wichtige Diskussion ist und muss man auch weiter diskutieren. Wird sicher auch andere Meinungen oder Wahrnehmungen geben. Wird spannend, was wir da zurückbekommen. Auch an Fragen vielleicht noch an Sie. Dann würde ich sagen, vielen Dank für dieses Gespräch. Es war sehr, sehr interessant. Sehr gerne. Danke Ihnen für Ihre Zeit. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo und weitere Informationen findet ihr auf der Website tellerand.io. Vielen Dank. Vielen Dank.